Unsere nächste Mannschaft mit der Kennzeichnung A, bevor wir dann isst, sollte es eine Rundbuchaufzeitung oder wie gesagt, ein Übermitglied geben. Räder hart und auch Frühstrecken. Schaut fast aus wie ein Leichenwagen, also perfekt. Also wir haben nichts höher gestellt, ansonsten ist es unser Rallyfahrzeug. Müller Peil im Peugeot 205er GTI. Er war in 1987, absoluter Liebling und er hat auch gesagt, der Golfkrecht ist noch ein... Reinert, große Truppe um Mr. Löwenzahn. Für die nächste Mannschaft dieser... ... Das war's. 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 Das war's.